Ich würde gerne einmal wissen, was haben Sie für ein Bier bestellt und wie schmeckt es? Wir haben uns für das Arrogant Bastard Ale entschieden und ich würde sagen, es ist sehr lecker. Wir haben einen Bex aus Bremen uns selbst mitgebracht. Schmeckt wunderbar. Ich habe einen Radler. Das schmeckt gut, wie ein gutes Radler. Das ist ein O'Harris Irish Stout und das schmeckt ziemlich gut. Und ich habe immer gedacht, ich sehe den Unterschied nicht, aber man riecht die Kaffeenote tatsächlich. Also es schmeckt nach Kaffee tatsächlich? Ja, auf jeden Fall. Ich bin ziemlich begeistert. Es ist sehr lecker. Würdest du es nochmal bestellen? Ich würde es auch nochmal bestellen. Ich habe es auch letztes Jahr schon mal bestellt. Was haben Sie für ein Bier? Wie schmeckt es? Ja, ein bisschen flach. Das ist ein Whiskybier aus Thöring. Noch nicht probiert. Dann bin ich jetzt gespannt, wie es schmeckt. Es schmeckt sehr gut. Ich bin auch ein Whiskyfeinschmecker. Ich trinke auch ganz gerne Whisky. Sehr gut. Ich bin begeistert. So ein Kirschbier. Und wie schmeckt es? Süß, aber lecker. Schmeckt das? Ja. Das hat ja ganz schön viele Prozente, glaube ich. Ja. Schmeckt man das so richtig raus oder wie schmeckt das? Kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Also schmecken tut man es nicht raus, aber es ist bitter. Werter Herr, darf ich einmal fragen, was Sie für ein Bier trinken? Zischke. Und wie schmeckt das? Wunderbar. Ich kenne das also schon immer. Ich freue mich, wenn das Bierfest da ist, dass ich hier ein Zischke kriege. Wie schmeckt das so, wenn Sie das mal beschreiben? Relativ kräftig. Ja, schon ein bisschen hopfig. Wir wissen nicht, dass das Fest hier war, aber wir gehen noch weiter. Ja, wir müssen doch alles mal prüben. Ich hatte gehofft, dass Sie hier belgische Biersorten, dass Sie die hier haben, aber ich habe noch keinen Stand gefunden. Das war so ausschlaggebend eigentlich, um hier hinzuhören. Ich werde mir wahrscheinlich gleich noch ein afrikanisches Einfall haben. Ich möchte auf jeden Fall noch irgendwas Fruchtiges trinken. Als Kontrast dazu. Alles klar, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank.